Musik Ich möchte euch zeigen, was die Besonderheit ist von unserer Schweinehaltung, aber besonders von unserer Fütterung. Man weiß, dass Schweine sehr viel mit Kraftfutter und Schrot gefüttert werden. Und wir versuchen, möglichst wenig Schrot- und Kraftfutter den Schweinen zu geben und dafür viel Grünfutter. Schweine fressen sowas. Schweine fressen Klee, Luzerne, die lieben das. Zwischen dem Acker und zwischen dem Stall, das sind keine 400-500 Meter Abstand. So nah wird das Futter erzeugt, was unsere Schweine nachher fressen. Wir Menschen, wir essen auch Salat und freuen uns darüber. Und unsere Schweine haben auch das Recht, Salat zu bekommen. Und jetzt seht ihr, wie Schweine wirklich das Grünfutter, wie Kühe reinmampfen. Man merkt, man hat auch Schweine, die wenig Schrot fressen und damit letztlich auch als Hauptnahrungsmittelkonkurrenz zum Menschen. Das sind nämlich die Schweine, weil sie so viel Schrot sonst fressen. Sie können auch wunderbar mit Salat klarkommen und lieben das. Und das macht am Ende dann auch die Fleischqualität aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.